ARD Text im Auftrag von SWISS TXT Wo ist das schon wieder Doc? Jetzt fängt die neue Folge mit nem Huste an Ja sauber Hä jetzt ist schon wieder der Bug da Ah ne doch nicht Ne doch Ach man siehts noch nicht kann das sein Man siehts nicht das ist kein Bug Ja warum Sieht mans nicht Da ist doch Achso stimmt Ich habe ja ein paar rausgenommen Da war ja was Eimer mit Profis Äh Was haben wir hier noch zum Verbrangen Ja dann hast du schon den coolen Baum gesehen Osten Hier Ach der Ich baue mir jetzt ne Kettensäge Da sind alle irgendwie verspult Ähm Ich habe eigentlich das dem Gemeint der da in der Luft schwebt Ah stimmt Ich baue hier auch so Eisendinger Dass wenns voll ist es wieder zurück geht Aber Zurück solls ja nicht Achso ne Wir brauchen ne ewigen Kreislauf Geh mal weg Sonst hebst du hier gleich die Sachen auf die ich abbaue Ah Was wollte ich mit dir tun Ich weiß Mein Plan ist nicht aufgegangen Und wie sieht das hier eigentlich aus Was ist das Ich habe für ne komische Anlage die nur Die Hälfte da Vom Haus irgendwie einnimmt Und dann wird nur ne Pipe gezogen Der kann nur meckern Gehst mir schon auf den Sack Gehst mir jetzt schon auf den Sack Katastrophe Das ist eine Katastrophe Eine Kakastrophe Eine Katastrophe Eine Katastrophe Mache ich ein kleines vorbringen Ich bin so verplant Ja Ich dich Ich dich Ich nicht Ich glaube hier kann ich es hinbauen So oder Schick mal mal Müll durch Ich brauche viel random Müll gerade Ja es kommt schon was Schau mal Ah nein random Müll kann ich ja gar nicht machen Das kommt ja dann hier in die Alleskiste rein Ja da kommt halt Glas Äh Dings oder Erde Und Cubblestones Kommt da durch Und Netherrack schätze ich mal Hast du gemacht oder Ich bräuchte mehr verschiedene Sachen Warte ich muss hier in die Cubblestone Kiste bisschen was reinwerfen Äh Das Und Das Und Das Und Bisschen hiervon Und Weil wir ja Marble so viel haben Und Nein es wird ja nicht rausgepumpt Aha 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 Ich habe ein Problem Ich muss hier irgendwie in das Kreislauf In den Kreislauf da was reinbringen Ah nein ich habe Kannst du anders testen stimmt Okay Okay Ich habe die idee Wo kommst du hin Wo kommst du hin Okay Alles klar Da kommen wir hin Äh was zum verarbeiten was zum verarbeiten Das ist hier vollfällig alles gebaut Das ist hier vollfällig alles gebaut Adam Alles für den Arsch Ich muss hier das Haus abreißen und Ich brauche mal da Treppen hin So sieht schön aus Na 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 Ok Ich hoffe es klappt Ich hoffe die Sperre hier klappt Weil wir brauchen ja eine Erkennung Dass wenn das Ding gerade besetzt ist Dass es nicht verarbeitet weiter Stimmt wieviele Scrapboxen kann man eh stapeln Ok Ich glaube da kann man es aber auf 20 Sekunden stellen Gott sei Dank höre ich immer dieses klicken Klick So Jetzt schauen wir einmal hier zu Wie das ganze so funktioniert Jetzt hört man die schönen Recycler Geräusche Jiii 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 Die Scrap ist kommen Ok ok jetzt wird es spannend Jetzt wird es spannend Gleich gleich haben wir eine Scrapbox Komm schon Komm schon Da ist sie Da ist sie Oh mein Gott es ist eine Scrapbox Es ist eine Scrapbox Es ist eine Scrapbox Und 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 jetzt kommt sie In den Dispenser Nein 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 Klick Oh es ist eine Holz Pickaxe geworden Oh mein Gott Wir sind reich Hm Genau jetzt müssen wir Wir haben alles erreicht In Tackle du hast man erreichen können Genau Holz Pickaxe Marco Ich gebe dir die Holy Holy Holz Pickaxe Fangen Super Aus Müll hergestellt Ja aus Müll Aus deiner Scheiße die du runter gespült hast Hab ich dir eine Holz Pickaxe gemacht Das stimmt Aber eigentlich nur Cobblestones grad in die Recycler rein und ist was aus Holz raus gekommen Unlogisch Aber was ich sagen wollte Wir müssen Warum ist das hier schon wieder voll Hast du die Säge zufällig dabei? Ähm ja Meiß dich mal runter bitte Da Dankeschön Ähm Ich weiß ich kenne jetzt die Liste eben nicht Oh wir haben Slow Sand bekommen Uh 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 Das ist auch so ein Zeug was man ganz oft kriegt Hihihi Ähm Also ihr seht ja es kommt sehr viel Scheiße raus bei den Boxen Äh was aber ganz gut ist Hihihi Warte jetzt pscht Jetzt erklär ich wieder Und Konzentration wieder Äh das Gute ist man kriegt recht viel Essen raus Also so Äh Brot oder äh Fleisch und so ein Zeug Das kann man schon mal raus sortieren In ne Essenskiste rein Somit kriegt man Essen Und muss sich nicht mehr so großartig um Essen kümmern Und man kriegt Erze raus Die Ores Also unverarbeitet Oder schon verarbeitet glaube ich oder? Iron Inget so oder so kriegt man auch raus Marco gell? Ist doch alles mögliche raus Ja nicht ne Nicht ganz nicht ganz Ores und Dust vielleicht was Das könnte sein Egal auf jeden Fall ist es so ein Zeug Das muss man auch raussortieren Und alles andere Kann man eigentlich wieder in den Kreislauf rein schicken Dass es gleich wieder recycelt wird Dann sag ich hier das brauche ich nicht Darf man hier gleich wieder rein Warum hat unsere Halle eigentlich gar keine Fenster? Das habe ich doch schon mal gesagt Irgendwie wie so Kellerkinder hier leben Ah Hast du recht Aber Aber es funktioniert Es funktioniert Dann Brauchen wir jetzt noch hier schnell Eine Achso ne stimmt Komm mal deine Pflanzen wieder an Wir sind schon wieder hochgewachsen Ne ne ich muss hier noch weiter bauen Äh Ah Äh 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 Perfekt Genau 2 Stück Denn wir bauen jetzt noch Pipes aus Lapislazuli Genau Äh Äh Lapislazuli Obsidian So Gott sei Dank ich hätte die umgebracht Äh 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 Ist die zu aggressiv Marco Mein Magen knurrt schon wieder Ich hab Hunger Ja Hättest du was gegessen? Hab ich nicht Konnte ich nicht Musste ich aufnehmen Arbeit Arbeit Alles Arbeit Hm Du misst mir zu viel so rum irgendwie Äh Lass mich Ich habe auch Gefühle Was baue ich denn jetzt für Ich baue hier schon mal So jetzt habe ich alles vorbereitet Adam Für was? Für hier die Halle Sehr schön Sehr schön Weiß ich nur nicht wie ich die Halle bauen soll Weil Für was für eine Halle? Achso oben das Ding Ah Ja wollen wir die schwarz machen vielleicht irgendwie Oder so andere Farbe Irgendwas Schickes Ja Zumindest den Boden will ich schon mal schwarz machen Und so dass man es nach hinten da Richtung Wasser noch weiter Erweitern kann Und nach oben vielleicht Das schon so So Kennst du noch mein Ding da? Dieses Riesenteil? Dass wir nach oben hoch und nach hinten gehen können Irgendwann werden wir so viel Strom brauchen Ja Das mit dem Strom ist jetzt auch kein Problem So Ja aber es soll ja irgendwie schick aussehen Bald kommt meine Ölraffinerie So Da 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 Wenn ich mal nicht faul genug bin Ups Adam hier ist alles hoch gewachsen Guck deine Seeds an Bevor die Sonne untergeht Das dauert nicht mehr lang Das dauert nicht mehr lang Hast wenigstens zwei Minuten Drei Minuten Hallo Warte jetzt Psst Muss mich konzentrieren Äh So 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 Nein So Komm schon Saugen Ja genau Brauchen wir doch so ein Ding Äh Genau jetzt haben wir eine Saugermaschine Die uns hier den Mist aufsaugt Und Vorerst So Genau Das Klicker Ding Äh Ich bin verwirrt Ich bin verwirrt Da war dein Spruch Marco Achso stimmt Du bist verwirrt Mal wieder Bisschen ausleuchten Und Äh Eine Chest Ach wir haben's noch Alchemie Chest gell Kann ich vorerst nehmen Vorerst Wie wär's denn du dir einfach eine normale baust Ja Die ist aber gar nicht zu klein Weil da kommt so viel Mist raus Bei den Dingen Ich baue dann das nächste Mal weiter mit Äh Wo sind denn die Kisten hin? Welche Kisten? Ja die Alchemie Chest Die du gebaut hast Ja die hast du irgendwo hingesteckt Ne Ja Ja hier aber da sind sie nicht Ach du hast sie verschoben Du schuft Du schuft Gar nichts verschoben Zum Wohl Und so Genau Perfekt Testen wir das ganze hier Boah das saugt auf der Staubsauger Ist und sie gut Es tut das was es tun soll Ja Komm mal her komm her Komm 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 Kommst du kommst du Kann Wunder Komm doch hoch Ich will es dir zeigen Ja Ah Dont auch nochmal bisschen erklären Wo bist du wo bist du wo bist du wo bist du Mal komm mal komm Ja für das tue ich mich jetzt hier hoch bauen Recycling Shit wird Recycelt, Scrap kommt raus, Scrap wird zusammengebaut zur Box, Scrap Box kommt in Dispenser, Klickmaschine macht Klick, Staubsauger saugt auf und kommt hier rein. Und da kommt ein Grasblock, den kriegt ihr auch recht oft raus, so ein Grasblock einfach, braucht ihr keine Silk Touch um Gras zu bepflanzen. Denn ihr benutzt euren Recycler, Gehen wir schlafen, aber es funktioniert, es hat auch gar nicht viel Platz gekostet, das Ding, so, dann gehen wir schlafen, gute Nacht. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.